ja willkommen zurück zur nächsten bald hunter minecraft season 3 was auch immer folge episode bla 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 ich würde sagen wir nehmen das buch mal schnell raus gucken ganz kurz rein und dann würde ich sagen hüpfen wir direkt in den nächsten balls ich habe das buch leider habe ich das buch rausgenommen jetzt fange ich die folge an habe mich mal das buch parat was geht ab wo habe ich das buch hingetan ok unter buch ist es nicht wenn ich wollt eingebe finden was dann bald 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 büchlein schlaues buch bald hunter buch relikte mechaniken relics 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 are items that are collectable and sets to extend your time in the world relics can be identified from unidentified relics fragments blablabla each unique complete relics set können oh wow wir kriegen 30 sekunden extra zeit ok und wenn wir ok verstehe und wenn wir duplikate haben können wir die schreddern weil wir die nicht mehr benötigen ok gut dass ich nachgeguckt habe heißt was haben wir denn noch für relikte frei dann ist das pedestal ja gar nicht so schlecht dann ist es ja ziemlich gut wie sieht das aus mit das wort man da haben wir noch mehr ok wir haben anscheinend nicht mehr was wie sieht es aus mit dragon dragon haben wir nicht genug elementel elementel da haben auch nicht genug relics man sollte auch relics schreiben können bei den cupcakes fehlt uns leider auch einer ja schade ich glaube das war wir haben wir voll ah nee fehlt mir auch ein teil also müssen wir doch noch relikte finden gut zu wissen dass man damit seine zeit extenden kann sehr gut zu wissen welcher sich nachguckt hätte ich das gar nicht gewusst ganz ehrlich gesagt wie gesagt wir jumpen direkt in weitere walls das so ist der plan walls laufen vielleicht mein wir wollen halt vorankommen und dafür brauchen wir staff und ohne den wall staff kommen wir halt nicht weiter so traurig das ist magnet ist super unsere picke ich würde nicht unbedingt sagen es wird zeit für neue die ist vollkommen okay das hier würde ich gerne ablösen ich würde super super gerne eine neue bauen aber damit sollten wir eigentlich eigentlich sollte man damit bis level 50 warten und dann kriegen wir die neuen tools dann verschwenden wir nichts egal let's go let's go oh shit prismatik katalyst vault aus chunky mobs und world experience chunky mobs ist ja ziemlich nett wir haben wieder monolithen nur zwei stück diesmal wie immer irgendwie aber i don't care direkten in alter naja ich sag jetzt alter dazu aber das ding heißt anders doch ist ein alter mana spenden ok also wenn ihr euch hier hinstellt finde ich das auch gut mining direkt ich würde sogar sagen bei zwei können wir uns auch echt ein bisschen zeit lassen denn mining möchte ich wie gesagt gerne mitnehmen das ist genau das was wir eigentlich suchen ernsthaft an der hier ist noch eins wir haben creeper wollt in dem world können creeper spawn das ist uncool weiß nicht ob jemand von euch das neue minecraft gespielt hat ich habe es kurz angetestet und muss ganz ehrlich sagen ich bin nicht mit zufrieden vielleicht ist auch einfach nicht mein spiel aber meins es ist einfach nicht meins ich habe sehr schnell aufgegeben es zu spielen weil ich es dann doch ziemlich langweilig fand jetzt irgendwie ein bisschen interessanter gefunden wenn man mehr strategie anwenden hätte können guck mal ich hab wo ist der wo ist der spawner wo zum teufel ist der spawner ach da ist er ich habe den spawner gefunden hat doch lang genug gedauert das für so ein paar ohrs aber wie gesagt minecraft legends nicht mein spielstil definitiv nicht es ist eine coole idee die hätte man vielleicht anders umsetzen können aber jeder hat da irgendwie eine andere vorstellung von dem game denke ich mal oder andere anforderungen ich meine die steuerung ist leider auch nicht so prickelnd aber ja vielleicht schwiegen die das ja noch über die monate das hat sich bisher echt würde ich sagen weiß nicht ob ich sagen könnte dass sich gelohnt hat doch wir haben opals wir haben neun bennys bekommen ja doch doch was ist das denn was ist das denn was ist das denn ich dachte da wäre noch was drin dried kelp block ich würde sagen den packen wir mal weg ich habe den noch nie gesehen vielleicht wird er irgendwann nochmal entscheidend irgendwann ja wir haben jetzt schon quasi fünf minuten wieder verschwendet mit raum looten aber das war mining oh village raum vielleicht später obwohl kann hier ein monolith spawn ich glaube nicht ich glaube nicht das müsste die müssten jetzt ornate chests sein ich glaube nicht dass ihr hier hoch kommen könnt wäre mir neu wenn ihr das könnt ich würde sagen wenn wir die versuchen hier hoch zu kommen wenn wir alle monolithen gefunden haben könnten wir eigentlich mal gucken ob wir den village raum fertig machen ok wir sollten ja jetzt mal nicht stehen bleiben erstmal gehen wir jetzt hier hin ok ok also holy shit waren da viele ich habe mir das so einfach vorgestellt und dann spawnen da schon wieder so viele und dann bekommen wir chain äh dich mach ich definitiv weg ok nochmal hat er sich grad zu einem normalen zombie verwandelt ja krass er hat sich zum normalen zombie verwandelt gut zu wissen dass sie sich dann zurück verwandeln ähm wir sind von wo sind wir gekommen von dort ich würde sagen wir gehen weiter wir haben zwei monolithen zu finden und die sollten wir finden eigentlich ist eine super easy quest von daher let's go let's go let's go let's go na es war auch klar dass er wieder spawned ich glaube ich bin immer noch zu nah dran gewesen ne ich habe es geschafft perfekt weil wenn man weit genug weg geht hören die auf zu spawnen dann wird der timer resettet ah es ist noch einer also noch mehr noch mehr und dann können wir hier ich bin mir Da müssen wir leider oben nochmal checken. Ich höre den kleinen Zombie. Okay, der ist reingefallen, der kleine Zombie. Dann lassen wir den da drin und dann ist alles gut. Kleiner Zombie. Da will ich gar nicht reingehen und gucken. Ah, du bist hier vorne gekommen. Verstehe. Leider unlucky. Wieder kein Monolith. So wird das nichts mit dem Raum erkunden, wenn wir keinen finden. Man sollte auch die... Oh, shit. Meine Picke ist fast Schrott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, das kommt von meinen, weil ich so viele Blöcke gemeint habe. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, shit. Da oben sind auch noch Ornades. Hier ist echt alles. Oh, ne Waffe und dann noch ne Ankommen. Oh shit, noch ein Helm. Magst du mir noch mehr Waffen geben, please? Obwohl, was fordere ich eigentlich von dem Game? Ich meine, wir haben Sachen bekommen und alles ist supi. Dann holen wir uns jetzt noch die Living. Okay, das sollte die Picke noch aushalten, den ganzen Dungeon. Wir dürfen jetzt leider keine Dig Site mehr öffnen. Das ist zwar ein bisschen traurig, aber shit happens. Oh shit, da sind noch mehr Ornates. Gott, wie geil wäre das gewesen, noch mehr Gear zu finden. Ja, leider noch kein Monolith. Das sieht aus, wenn wir das jetzt diesen Run nicht schaffen. Weil es keine offensichtlichen Monolithen sind. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Hey, easy, zwei Monolithen, schaffen wir jetzt sowas. Euch habe ich gesehen. Noch habe ich ein kleines bisschen Zeit, bis sie da sind. Und? Okay, die werden niemals da sein. Okay, die werden niemals da sein. Boys and Girls, ich habe keine Zeit. Ich muss Monolithen suchen. Monolithen. Da ist der erste. Ich glaube echt, dass wir probieren dann in die Village zu gehen, wenn wir den nächsten finden sollten. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Oh, da ist er. Die Sache ist nämlich, meine Picke ist fast kaputt. Und dort unten müssen wir eigentlich nicht so großartig minen. Wir können einfach looten. straight up looten. In der Hoffnung, dass wir irgendwas cooles kriegen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben dort ein bisschen höher, vor allem wenn man mit Creepern hantiert. Das war nicht die Ecke, wo ich hergekommen bin. Aber, no risk, no fun. Wo kommen die denn überall noch her? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so viele gespawnt haben. Okay. Okay. Lass mich zufrieden. So, wir müssen. Warum spawnen ihr denn schon? Wir müssen hier, glaube ich, immer ruhig herkommen. Ich hatte den Weg vorhin schon gesehen. Da, da war der. Hier geht's nach unten. Es sind Gilded. Hm. Ich würde sagen, auch Gilded lohnen sich. Warum nicht? So, hier geht's nach oben. Gott, das wird ja mega verwirrend mit den Wegen. Wie weit gehst du kaputt? Weil ich hab mal gelesen, dass wohl die, ähm, die Tools ein wenig doller kaputt gehen, wenn man nen, ähm, nen, ähm, sagt schon, nen Spawner kaputt macht. Okay. Wir gehen mal hier lang. Target Dummy. Hier geht's nicht lang. Dort würde es lang gehen, aber das würde ich nicht abminen, weil das, ähm, ähm, das war, ähm, wenn das stimmt. Ressourcen kostet, die haben wir gemeint. Ressourcen kostet, die haben wir gemeint. okay also ist ja doch im spawner irgendwo fliegt die da einfach hoch die hatte keinen bock auf mich deswegen ist sie nach oben geflogen gott wenn wir hier gecatcht werden ich glaube echt wir sind dann der des fach vier minuten haben wir noch hier geht schon nicht weiter ich sagte ich will das nicht machen aber dann will ich die kisten haben ich bin gierig nach den kisten okay die haben war ich habe mega schiss dass hier irgendwie eine trappe das wäre richtig mies wenn es schweb im boden wäre man runter fällt und dann keine chance mehr hat rauszukommen weil das soweit ich weiß ist hier bedrock zwischen ok hier war gar nichts ok Das war's für heute. Das war nicht nett, ich war schon fertig mit abbauen. Dann erlaubt ihr nochmal zu spawnen. Okay, wir sollten losdüsen. Wir sollten raus, da es sich auch nicht lohnt hier weiter zu laufen, also kann man dort unten nur Gilded bekommen in der Nacht und dann Tage, ähm, Living, ich dachte man hat die Chance auf Ornade, aber gut, man kann sich auch mal täuschen, oh shit, wir haben ja, stimmt, das war ja der erste Raum. Weißt du, wir haben noch eine Minute? Ohhhh. Das kann ich nicht machen, ich komme mit meiner Picke nicht nach unten. 72 noch, na komm, ich habe so wenig Glück damit, naja, das wird zu knapp mit einer Minute, man könnte jetzt dann Kiwis fressen, aber die Chance, dass, ähm, dann Badraum draus wird, ne, danke. Jedes Mal, wenn ich den Mist aufmache, habe ich Arschkarte gezogen, deswegen, nope. Gar nicht drüber nachdenken, rausgehen, weg, fertig ist. Dann ist das nämlich viel einfacher. Sag mal, wir können auch die ganzen Sachen mal reinpacken, dann ist das viel, viel besser. Dann nehme ich die Sachen in den Slot. Jetzt haben wir noch die ganzen, ups, ähm, die ganzen Jewels. Smelting für 10, hm, das ist, würde ich sagen, sogar gut. Gildet für 24, ja. Na, das andere ist alles nicht gerade gut. Also ich habe nichts davon, sagen wir es so. Was haben wir denn da rausbekommen? Drachenfragment. Dragon. Sag mal, 4 Pieces, nice. Ähm. 4 Pieces. So, das Ding kann weg. 10 Armor. Ich meine, das Ding hat mehr Armor als unsers. Hat mehr Durability als unsers, schon von Grund auf. Hat mehr Crit als unsers, von Grund auf. Hm. Wäre eine Überlegung wert. Aber na, wir machen es weg. 12 Armor, schon von Anfang an. Hat 4 Slots, mehr als unser. Den werden wir uns mal weglegen. Darauf können wir rollen. 6 Armor kann geschreddert werden. 22 kann geschreddert werden. 30 Attack. Ah, hat nur einen Präfix. Äh. Ich meine, gut, wenn wir darauf Chain Attack bekommen. Hat weniger Attack Speed. Ah, man könnte es als Ersatzschwert nehmen, aber dann könnte ich meins auch einfach reparieren. Wir packen es mal lieber weg als Ersatz. Ähm. Darauf werden wir definitiv Croften. Das können wir rausnehmen. Und die Inscription Dinger können wir definitiv hier oben reinpacken. Ja, nice. Ich würde sagen, der Volt hat sich gelohnt. Opals haben wir ein paar Mod Packs wieder. Ja. Ich packe meinen Platin immer rein und dann finden wir mal einen Händler. Das wäre ziemlich uncool. Wenn wir da einen Händler finden würden. Wir brauchen einen Repair Core. Ich habe keinen Repair Core mehr. Core? Okay. Hm. Hm. Wie viele von denen haben wir denn? Pain. Okay. Da haben wir ja massig. Da haben wir massig. Ist nur die Frage, was der dann kostet. Vault Ingots. Wir haben keinen Vault Ingots. Komm mal. Davon haben wir genug. Dadurch, dass wir davon genug haben, können wir so ein bisschen was anderes sparen. Gut. Repair Core. Du darfst einmal das hier reparieren. Und jetzt würde ich sagen, direkt weiter, ne? Nicht lang fackeln. Ich will ja nicht so lange hier rumgammeln und nichts tun. Obwohl es ganz nett wäre, wenn wir unsere Quests endlich mal fertig kriegen könnten. Alleine wegen dem Echo. 368 Shards. Komm, wir gammeln noch einmal. Ja. Obwohl. Das ist noch günstig zu gambeln. Na. Na. Wir hören mal auf zu gambeln. Machen wir wann anders die Gamble Partie. Gut. Meine Rüstung ist halbwegs kaputt. Vielleicht sollten wir die doch noch reparieren. Vielleicht sollten wir noch einen Repair Core machen. Warte mal. Oh shit. Das war zu viel. Das waren ein paar viele. Na komm schon. Wahrscheinlich was da dran so schwer war. Glöcke hatten wir mitgenommen. Opulent und Vault Experience. Und wir haben wieder zwei Monolithen. Das sieht doch wieder richtig gut aus. Vielleicht haben wir sogar Glück und können es jetzt direkt von Anfang an fertig kriegen. Das wäre noch besser. Oh shit. Besser kann es gar nicht starten. Ganz ehrlich. Wir haben einen Monolithen hier plus eine Dick Side wie ich immer ganz gerne sage. Ich bin immer skeptisch, ob die nicht, ob die halt noch spawnen, weil ich die manchmal nicht despawn höre. Aber deswegen bin ich manchmal ein bisschen vorsichtig. Denn wie man sieht, stirbt man manchmal ganz schön schnell. Also wir sind jetzt noch nicht gestorben, aber wir verlieren ziemlich schnell Leben. Witzigerweise ist der unten gestorben, weil wir Chain haben. Mega witzig. Juti, haben wir sonst noch irgendwas hier? Irgendwie in dem Layout zumindest habe ich das Gefühl, dass ziemlich wenig zu meinen dort ist. Das Layout ist auf jeden Fall ziemlich klein gewesen zu meinen. Sagen wir es so. Ähm. Lass uns mal gleich nach. Oh, perfekt. Das ist doch perfekt. Besser kannst du uns gar nicht treffen. Wir haben unsere Quest fertig, können jetzt machen, was wir wollen. Und ähm. Ja. Nice. Wow. Nice Chest. Ach komm. Mach mal die Mucke mal ein ganz kleines bisschen lauter. Nur ein ganz kleines bisschen. Also so schnell hatte ich noch lange nicht mal eine Quest quälig gehabt. Das war echt. Speed. Und dort sind wir gekommen. Dann düsen wir weiter. Wenn wir jetzt. Keine Ahnung. Nen. Nen. Nen Dingens Raum finden. Nen X Mark des Spot Raum. Dann können wir ja auch gerne öffnen. Aber wenn wir einen X Mark des Spot Raum finden. Der einfach nur Trash ist. Der quasi erst zum Schluss kommt. Dann ist das immer kacke. Wird gerne mal oben looky looky machen. Oh. Perfekt. Perfekt. Ich hab echt gerade das Gefühl. Dass ich nur bei Räumen hinkomme, die ich haben will. Das hab ich gesehen, dass da was hinter war. Ich hoffe, dass hier noch mehr ist zum Minen. Denn das war jetzt gerade die Hoffnung, dass ich wirklich viel zum Minen finde. Kann aber auch sein, dass ich jetzt einfach, dass es einfach nur eine Seite war. Ja, sieht zumindest so aus. Aber gut, dann ist es halt so. Kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern. Also müssen wir definitiv die Relikte vervollständigen, um immer mehr Zeit zu haben, ey. Müssen wir mal auf die Jagd nach Relikten gehen. Nach Booster Packs. Na, was ist denn heute los, dass ich so viele Monolithen finde? Das war voll okay. Ist nichts passiert. Ich dachte zwar gerade, ich sterbe, aber... Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Beauty. Wollen wir noch nach oben gehen? Hm. Ja komm, wir gehen noch nach oben. Okay. Den lassen wir definitiv nach unten kommen. Denn den Mist tue ich mir nicht an. Eigentlich könnten wir mal auf, ähm... Das hört sich komisch an, auf Eier gambeln. Und diesmal machen wir es auch richtig, dass wir quasi, ähm... die Hostile Eggs nehmen. Und nicht die Friendly, obwohl... Hm. Beide sind gut. Ist es nicht so, dass irgendein so irgendwie schlecht ist. Aber wir wollen Hostile Mobs haben. Oh, das sieht aus wie nach nem... Okay, das ist der Raum. Ich verstehe. Hm. Oder war mal... Das ist ein anderer Raum. Holy shit. Oh, die können wir so abernten. Und hier packen wir den Schrammschrein, den wir nicht brauchen. Okay. Dann müssen wir da oben mal checken. Hm. Nice. Nice. Ich hab den Raum noch nie gehabt, deswegen... Weiß ich auch nicht, was hier überall hinter ist. Können wir mir vorstellen, dass... Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ah. Yolo. Nicht, dass hier Gegner kommen. Oh shit, Gold Coins auch? Wow. Das ist ein... Ohne Scheiß. Das ist ein cooler Omega Raum. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Nehmen wir einfach mal mit. Nehmen wir einfach mal mit. Warum nicht? Auch noch Living Chess. Die kann ich glaube ich komplett abbauen. Nee. Shitte. Reinforced Concrete. Okay, das wird jetzt ein bisschen nervig. Ähm. Okay, dann haben wir die jetzt gemacht. Nice, hier haben wir nochmal Cash. Eine Menge Cash. Ich glaube, wir haben alles. Oder gibt es hier oben noch was? Den haben wir noch nicht geöffnet. Okay, machen wir die jetzt einfach mal so auf. Zack, zack. Wie sieht das aus mit Kram droppen? Reinforce concrete. Das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Das muss dir auch irgendwann mal eine Trap-Chess geben. Hm. Na nice. Cooler Raum. Jetzt haben wir wirklich mal ein paar Chests gefunden. Okay, hier geht es schon mal nicht weiter. Ja, noch zwölf Minuten. Hier ist blockiert. Ich bin gespannt, ob wir nochmal einen Raum finden. Oh, ich glaube, das ist ein Raum. Oh, das ist so mein. Das zum Beispiel ist ein Raum, den finde ich ziemlich nett zu meinen. Das Problem ist... Die Monster, die spawnen. Wenn er es halt nicht so cancer wäre, sich da hinzubauen. Genau deswegen... Nee, komm, den skippe ich, den Raum. Ich finde den Raum zum Kotzen. Nee, den skippen wir. Da gucken wir lieber noch einen schöneren Raum, falls wir noch einen finden sollten. Okay, euch sollten wir definitiv wegmachen. Weiter geht's. Äh, ich glaube, das ist Spinn-Elite. Oh Gott, nicht schon wieder. Ja, fuck it. Fuck it. Weil wenn da so viele Spinn-Schen von Anfang an Geräusche machen, dann kann das nur der Elite gewesen sein. Aber wenn ich als einen rüberlaufe, müsste ich ja wieder da sein, wo ich vorher war, ne? Oder? Nope, dann waren wir hier doch noch nicht. Wo ist die Elite-Spinne? Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ok das sollten glaube ich alle gewesen sein. Oh shit das muss ich mir holen. Da kann ich ja nicht nein sagen. Wir haben Bogenschützen. Wo ist der Bogenschütze? Boys and Girls. Warum treffe ich die denn nicht? Verdammte Scheiße. Erstmal sammeln. Erstmal sammeln. Du dämliche Minispinne. Die Hitbox von innen ist einfach nur kacke. Muss man ganz ehrlich sagen. Blöde Hitbox. Das ist einfach nur kacke. also nach dem kompass zu urteilen müssen wir noch ein nach hier laufen dann sollten wir langsam dort ankommen joe nice nice perfekt denn ich wollte gerne noch mal einen anderen raum ablaufen quasi noch mal in einer anderen richtung laufen vom portal aus kurze erholpause hier vom von einem spider ding muss man aber auch sagen dass ich finde das cool die ganzen designs aber die mini spiders haben bin ich mir zu 100 prozent sicher haben die hitbox von den normalen spiders das macht das ganze ziemlich anstrengend warum auch immer ich das da platziert habe oder die haben die hitbox das kann auch sein von den normalen häusen spiders das kann natürlich auch sein ohne das sieht ich wollte gerade sagen nein ist ein omega raum aber ist leider kein omega raum können noch weiterlaufen sag mal wie riesig sind denn diese rolls sehr übel doch mal echt nicht unterschätzen okay wir laufen noch einen raum weiter wenn wir dann kein omega raum finden gehen wir raus aber echt glaubt dass wir noch mal einen finden und wenn es ein x mark des sportraum gewesen wäre dann dann wäre das halt so aber wir hätten einen gefunden das ist das was was zählt aber zwar mal hintereinander den den elite boss sei nicht schlecht sobald habe ich beim ersten mal hätte fast killen können das ist halt dann blöd den ganzen staff zu verlieren ich meine gut wir haben cash wir können zurückkaufen aber wäre trotzdem ärgerlich gewesen ganz ehrlich gesagt wir könnten noch einmal wenn wir schaffen weil wir müssen noch ziemlich weit laufen könnte man auch mal die andere richtung gehen jetzt ein bisschen mehr movement speed das wäre schon echt cool und dann werden wir viel schneller unterwegs was wenn wir wirklich nur suchen würden auf omega räume was das angeht ich glaube das sollte man noch machen wenn man sich so in so ein dungeon baut wirklich konstanten nur die räume ablaufen um den omega raum zu finden den man sich extra rein baut aber wie viele monolithen wir finden das ist schon heftig wir sind echt an lucky echt mega an lucky obwohl was heißt an lucky wir haben ziemlich coolen raum gefunden haben ziemlich viel staff raus bekommen ja ich das lohnt sich nicht ich habe ein bisschen zeit verplempert jetzt räume zu suchen aber es wäre halt so geil gewesen noch mal einen omega raum zu finden oder einen neuen omega raum so wie den jetzt sehen wir folgen gefunden haben oder vielleicht sogar den für nur cash den raum der ist auch cool ja ich bisher einmal gefunden und wusste zu beginn nicht was das ist jetzt weiß ich es aber auch den werden wir mal wieder finden und es gibt wohl noch ziemlich viele verschiedene die ich noch nicht gesehen habe welchen raum ich ziemlich cool finde ist der puzzle raum den würde ich gerne noch mal finden wollen obwohl der raum den wir vorhin hatten schon fast besser ist weil man mehr kisten kriegt ok 16.000 dp alleine ja krass der elite hat bestimmt so viel geben da weil viele chests gelootet haben wir nicht das muss echt der elite gewesen sein elite spider 1800 ep ja heftig aber ich bin happy das ist das was zählt wir müssen ja nicht immer mit dem goal reingehen dass das irgendeinen sinn haben muss was wir machen aber die empty flas brauchen war und ich bin mir nicht sicher ob ich erst alles speichern kann können war sogar perfekt wir nehmen die kiwis wieder raus öffnen wir den wisch oh wir haben dann regret orb bekommen coin affinity für fünf die sind alle schlecht wenn wir die neue picke bauen können wir auch mal welche kraften dafür haben wir auch materialien gut dann würde ich sagen wollen wir noch mal in der hoffnung wir kriegen was gutes eine swags haben wir gefunden oh was ist das denn oh schade ist so schlecht gerollt ist der skin sieht cool aus okay hier sieht ja ein bisschen komisch aus das sieht irgendwie merkwürdig aus gut das ding können wir quasi schreddern das können wir definitiv schreddern 32,5 mit cleave wow das nenne ich mal damage schade dass das so low ist mana regeneration bekommen sweeping chance ah schade du gehst weg bei der axt bin ich mir nicht sicher es ist immer nett ein bisschen trash gear zu haben also die können wir definitiv schreddern da wir chaining haben das können wir definitiv schreddern das ist vom damage schon viel zu niedrig das behalten wir chaining und die hat cleave das war unsere alte axt dich können wir schreddern dich können wir schreddern dich auch das ist jetzt alles quasi so trash gear von den älteren runs von paar staffeln davor gut was haben wir überhaupt rausbekommen wir haben acht bennys larrys blacks nice 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 wir haben paar eggs und wir haben ein paar relikt dinger ich mein cash wieder rein getan aber das ist nicht so schlimm haben wir schon wieder in der inscription bekommen nope box haben wir drei von denen und relikt haben wir 14 stück oh nice ich würde sagen das hat sich doch gelohnt da bin ich auch mit happy komm gib mir das letzte relikt was ich brauche da bekommen gem mystic gem essence relikt gem mystic gem ist das das erste was wir davon bekommen haben kann ich mir gar nicht vorstellen da haben wir eins ach das ist ach das ritsche ritsche t ritsche t haben wir auch nur vier ach shit das ist echt sad man ich hätte mich gefreut noch so eins hinzustellen dann dann haben wir mehr zeit im vault und das ist halt das coole von allen mehr zeit was ich schon länger nicht mehr gemacht habe aber gut ich stand jetzt auch nicht afk ist ep holen schon länger nicht mehr gemacht gut wir haben wieder eine stunde voll ich nehme zurzeit nur auf wir haben ein paar walls die wir weiterhin noch laufen werden wir werden die noch alle fertig machen keine angst vielleicht laufe ich ein zwei alleine aber ich würde es schade finden wenn irgendwas cooles drin passiert was dann nicht aufgenommen worden ist ähm trotz dessen sage ich hier schönen dank fürs zuschauen und würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wenn wir wieder walls laufen denn wir haben noch welche und dann werde ich wahrscheinlich eine neue farm bauen von daher wünsche ich noch einen schönen tag und würde sagen bis dennne Sie haben den es wer